So, moin moin, herzlich willkommen, LS17 wieder am Start. Wir haben in der letzten Folge das Feld Gerste fertig gemacht. Ja, jetzt geht's weiter mit Roggen. Immer noch dabei ist Snow. Hi, Grudel. Und der Basti auch. Moin. Tja, fahren wir erstmal hier der Gerste in den Lager. Der Basti ist ja unser Abfahrerverkäufer. Der Basti ist ja unser Abfahrer. Oh, sorry. Hm? Was ist los? Ich habe mich gerammt, wahrscheinlich. Ach, für Timos Traktor kriegen wir noch richtig Geld hier. Mit elf Stunden drauf. Ja, das war jungfräulich. Ah, für Balus kriegen wir noch mehr. Ist der nicht schon? Der ist ja schon. Ja. Ja. So. Ja. 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 Na ja. 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 Okay, das war nicht schön. Das. Ich stehe auf der Brücke aufgebot. Nein. Eieieiei, Basti, Basti, Basti. Eieieiei. Kann sie doch nicht bringen. Nee, ich spiel gerade ein bisschen mit dem Gewicht rum und dann funktioniert es. Ah, okay. Na dann. Vielleicht hätten wir ja der ICE-Bus reiziert, der hier die ganze Zeit durch die Gegend haben. So, wieder da, sorry. Jo, alles gut. Eieieiei, du warst weg. Ja, was gar nicht gemerkt hat. Du bist Arbeit, mein lieber Freund. Pass auf, sonst land ich hier noch im Burnout. Oh. Auch nur für eine Erfindung der Chinesen. Ja, gab es früher alles nicht. Früher hatten wir auch keine Burnouts. Ja. Ja, früher war auch Asbest nicht giftig. Ja. Früher gab es keine Allergien. Früher gab es keine Allergien. Kam denn alles mit ehemaligen, ja. Hm. Naja. Früher haben wir auch Dreck gegessen. Sand. Ja. Draußen in der Natur gelebt. Halbwegs. Früher haben wir noch Baumhäuser gebaut, anstatt an der Playstation zu hocken. Genau. Damals mussten wir eingefangen werden draußen. Heute müssen wir rausgetreten werden. Oder die Kinder. Ja. Ja. Lass uns mal vor die Tür gehen. Ist ehrlich so. Ja, es ist eine ganz schlimme Entwicklung, finde ich. Ist nicht schön, irgendwie. Aber du wirst es nicht aufhalten können. Nein. Ja. Kann sich auch nichts dagegen machen, weil das ist, weil es zum Beispiel schon im Kindergarten von den anderen Kindern vorgelebt bekommen. Ja. Da müssten, wenn dann so, ich sag mal, alle Eltern an einem Strang ziehen. Sonst funktioniert das nicht. Ja. Aber auch, was mir mal so aufgefallen ist, wie früh die heute schon Handys haben. Ja, ist Wahnsinn. Die gehen in die Grundschule und haben schon ein iPhone oder so. Ja, ehrlich. Heftig. Ja. Ich war, glaube ich, 15 oder 16. Sagen wir mal so. 15 war ich. Genau. Auf eine Art, finde ich es ja nicht schlecht. Ich meine, gut, im Kindergarten vielleicht nicht schlecht, aber in der Schule und so. Manchmal ist es ja nicht so schlecht, dass wir ein Handy haben. Aber wenn du hörst, dass an manchen Stellen so ab und zu mal los ist, wirst du, und... Ja, aber meinst du, die Handys helfen da viel, die filmen sich gegenseitig, wie sie andere Leute verprügeln. Und da müsste es dann tatsächlich einfach so ein alter Brocken sein. So irgendwie so ein Nokia 3310. Da hält der Akku auch drei Monate. Das waren die besten Telefone überhaupt heute. Ja, ist ehrlich. Ja, klar. Klar, auf jeden Fall. Finde ich auch heute noch. Kauf dir eins. Ja, gibt es doch jetzt schon... Ich bin sogar Nachfolger. Ja, das ist 3310. Als Neuauflage, genau. Auch der Unterschied da. Fällt dir das iPhone hin? Oh nein, mein iPhone. Ist die ist 3310 runtergefallen? Oh scheiße, Fliese kaputt. Gibt es ja etliche so Spaßbilder, wo zum Beispiel einer eine schusssichere Weste aus lauter 3310s anhat. Und sowas. Ja, damals konntest du mit dem Handy das Bierflaschen öffnen. Ja. Oder hast du sie als Flaschenöffner benutzt. Heutzutage? Das geht nicht. So, wir schaffen keine volle Bahn. Ja gut, das ist ein paar Meter länger. Ja, ich fange hier nochmal eine Bahn Vorgewende rein. Vielleicht geht es ja dann. Und du hast ja da oben schon eine Vorgewende mitgenommen, oder? Ne, da hatte ich ja schon abgefüllt. Abgetankt. Oh. Ja, wohl ein bisschen ertragreich. Nein, mach ich noch zwei Bahn Vorgewende. Mach mal hier noch zwei, ich mach mal oben noch zwei. Ja. Gucken wir, ob wir dann hinkommen. Ja, wohl ein bisschen ertragreich. 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 kann man hier so meine schublade aufgemacht von meinem schreibtisch habe ich meine ganzen alten handys noch drin liegen siemens c35 ich habe man siemens a55 das war das kleine blaue mit bisschen silber an den seiten war ich da stolz drauf oder wo ich ein motorola irgendwo motorola klappen die hatte auch klappen ne alter ich bin draußen gelaufen habe irgendwie denn wenn andere leute da waren habe ich selbst den wecker gestellt wenn das so getan hat so ein handy klingelt weiß also klappen hier auch nur weil wir uns so stolz war dass man handy hatte samsung samsung hatte klappen ist ja schon wieder müde ich glaube das hieß e 720 oder so ok das bekannteste war das razer v3 das flache ja das hatten sie ja das wollte ja fast alle haben ja ich wollte es auch haben ich hatte das nicht ansprechend ja ich war da ich war da zu der zeit als die dann so langsam kam war ich dann er denn hört mich hat so ein dicken nokia brocken den du aufschieben konntest mit voller tastatur und sowas ah die dinger ja 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 kenne ich ich war da ich hatte damals hier so windows händen noch von nokia windows und was sie an hat sich ja für dich nichts geändert im vergleich zu heute und selbst heute wenn ich die möglichkeit hätte wo ich sie an den kauft ihr eins nachfolger ich habe keine mutter mehr die sagt hier denke ich dir mein sohn ich auch nicht guck mal wie teuer es ist vielleicht kommt jetzt 10 euro 57 euro ja habe ich doch gar nicht dual sim fette scheiße ich habe meine handys nicht so lange naja weil ich die so intensiv nutzt sage ich mal könnte ich mir dass ich alles wirklich alle zwei jahre neues handy habe wir haben haben vertragten man bekommt und für lauf am anbieter alle 18 monate glaube ich war gut davon oder so ich meine ich habe ja auch vertrag genommen aber ich wollte es halt nicht für mich ist ein handy nur noch zum telefonieren damals war ja so anders wo die ersten fachstelefone und so rauskommt und saß ich ja nur davor musste ich alles ausprobieren aber ich hätte damals noch so ein so das erste von samsung eigener betriebssystem des bada warst du so ein komisches software drauf gehabt die keiner gehabt hat mit nichts kompatibel war nicht schön die zeit spiele und so gab es auch kaum dann hatte ich mal ein sony ericsson k 550i oder so hinten kameras zum aufschieben und hammer bilder gemacht und das hat auch einen echten blitz ja ja das hatte ich auch das ding ja das war geil ein schwarz ja ich auch und nach meinem bada desaster bin ich jetzt habe ich ein samsung galaxy s 2 gekauft also ich fand das samsung galaxy note 2 genug das hatte ich danach danach hatte ich note 4 dann hatte ich note 7 für vier wochen also zwei note 7 in vier wochen ja ja und dann ein iphone 7 plus einer derjenigen ja weiß nicht was das für ein theater war danach hatte ich so ein hass auf samsung dass ich mir ein iphone gekauft habe bei mir was andersrum ich habe mit meinem ersten vertrag habe ich mir das iphone 3g geholt gehabt und ja das war eine ziemlich miese erfahrung also ich bin dann von von apple zu samsung gewechselt und dann ja immer in zweier schritten galaxy s 1 s 3 s 5 s 7 jetzt bei der s 9 ja ne aber ich bin mit meinem apple ganz zufrieden das ist halt nur eine ganz schöne ungewöhnung ne ja definitiv aber es ist denn doch relativ einfach wenn man es verstanden hat weil ich hatte damals für kurze zeit ein iphone 4 wo es gerade neu rauskam ja ja ist man muss sich wirklich rein fuchsen aber wenn du mehrere apple geräte hast zum beispiel noch ein laptop oder so ein imac oder macbook oder ipad das ist halt untereinander ist es halt genial ne oder wenn du anderen hast du im iphone ne zu meiner kleinen schwester jetzt zum beispiel da habe ich mal eben 140 bilder oder was rüber geschickt innerhalb von der minute über airdrop über apples eigenes system und dafür kannst du alle bilder aussehen die du aussehen willst du sagst airdrop hier bar das iphone klickst drauf nimmst du an fertig schieb darüber fertig geht ja mit android auch verteidigen sagen aber bei android wie machst du das da über wifi direkt im endeffekt habe ich aber ich meine apple war ganz schön überrascht dass es so schnell war das läuft ganz gut was das interne wlan halt hergibt von den von den handys ach leute die nächste folge ist schon wieder zu ende jetzt fast versabelt wieder wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ansonsten sehen wir uns morgen wieder haut rein tschüss bis zum nächsten Mal